So, hallo, wir packen weiter beim merkwürdigen letzten Raum von Cruella Mario, dem großen Castle-Gedingse. Und der Raum ist, also man muss halt... Der Raum ist geil, sei ruhig. Man muss komische Dinge tun, die gerade nicht mehr funktionieren, obwohl sie vorher funktioniert... Oh, das sieht gut aus. Obwohl sie vorher funktioniert haben. Oh, das gibt's doch nicht. Doch, bei Roller. Was mach ich denn? Oh, halt die Klappe. Warum ich jetzt schon wieder? Was kann ich denn sagen? Du kannst was dafür, wenn du dumme Sprüche bringst. Wie, was? Doch, bei Roller ist eine Werbung und kein dummer Spruch. Okay, gut, Werbung ist automatisch eigentlich ein dummer Spruch. Toll, jetzt ist der Schlüssel da drüben. Ja, wow. Hast du, hast du gut gemacht, Conor, hast du gut gemacht. Ich mein Ernst. Äh... Jetzt löst sich schon der Gummi beim Mix. Hä, das ist irgendwie nicht das, was ich gerade gemacht habe, oder? Nee. Hier aus der Position habe ich das gemacht. Jetzt passt die Geschichte. Oh, das war eine schwere Geburt. Pfff! Das ist nicht mein Ernst. Alter, das ist ja wohl nie wahr. Alter, das gibt's wohl nicht. Alter, das kann dich nicht... Siehst du das? Was? Wenn ich dein blöder Heck verarschen will? Mein Heck will dich nicht verarschen. Du lässt dich nur so einfach verarschen. Das macht ihm sehr viel Spaß. Du hättest es mal gerade sehen sollen. Der verschiebt... Der verschiebt mich ja durch die Gegend. Der... Der... Schon wieder! Ich bewege mich doch gar nicht. Was meinst du? Ja, komm, denn die Kamera im SMW bewegt sich manchmal. Und die... Turnblocks bewegen sich halt mit der Kamera mit. Ach, ist das dumm gerade. Nee, ist nicht dumm. Eigentlich ist das ziemlich cool. Drück mich jetzt unten durch, Mann. Scheiß Ding. Wäh, wäh, wäh. Jetzt bin ich wieder unten und der Schlüssel nicht. Alter! Du wirst ja wohl den Schlüssel ablegen können. Ablegen, nicht werfen. Ja, dann komm ich nicht rechtzeitig runter. Okay. Okay, jetzt endlich. Och. Gott. Was ist ein Spaß? Okay, weiter. Schneller, schneller, schneller. Ich warte hier nicht, dass sie auf die Blöcke, die wieder kommen. Machen wir schön... ... mit Keychamps. Och. Ich weiß nicht, ob es von der Zeit her noch passt. Ich kann es gerade nicht mehr einschätzen, was vorher an der Stelle war. Toll. Von der Zeit passt alles. Meinst du? Ja, ja. Okay. Na toll. Wobei, eigentlich brauche ich den Schlüssel ja gar nicht mehr, ne? Ach doch. Der hilft mir auf den Stacheln dann hinten. Genau. Ja, jetzt komm schon. Toll. Das ist eine wunderschöne Stelle von der Musik auch gerade. Welche ist das? Tü, 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 tü. Keine Ahnung. So wie du das gesungen hast, ist es ein Quatschsprung. Tü, 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 tü. Tü, tü, tü. Oder mein Gehör ist kaputt. Ja, wenn man das hier die ganze Zeit hört, ist auf jeden Fall das Gehör kaputt. Ja, ich höre es ja nicht. Sei froh, es ist gerade grausam. Okay, wir warten auf die Blöcke, wenn du sagst, die Zeit reicht. Mhm. Das ist jetzt sehr schön. Sehr schön machst du das, Conan. So. Oh Gott, ey. Kommen jetzt schon die Stacheln? Jetzt kommen ja schon die Stacheln. Okay. Toll. Was tue ich denn? Was? Achso. Stimmt, da war ja was. So, jetzt hier durch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ich glaube, es ist wirklich gut gewesen, dass wir nochmal einen neuen Part gestartet haben. Das fühlt sich etwas besser als... Was schon 3.06 Uhr, ey. Ja? Ja, ich wollte eigentlich... Eigentlich wollte ich heute noch schlafen. ...und das Gefühl, bis 3 bleibst du. Ja, 3 ist jetzt halt auch schon durch, ne? Ja, aber wir sind ja auch gleich durch. Ich meine, jetzt werde ich aber hoffentlich genug Blöcke da haben, damit das... ...damit das Scheißding funktioniert. Es ist halt furchtbar, einen Glitch zu machen, wenn man nicht weiß, wie er geht. Ach. Geht die Kugel wirklich mit den Dingen? Wow. So. Machen wir einmal Rutschi. Wir haben viel mehr Zeit als vorhin, what the fuck. Okay, Schlüssel geht weg. Ich sag doch, die Zeit reicht. Na, dann gucken wir mal, was passiert. Ja. Super. 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 Sieht das grundsätzlich gut aus, oder eher nicht so? Das sieht so aus, als könntest du irgendetwas schaffen. Wie gesagt, das ist eh nur so ein Gefühl, immer. Ja, ist schön. Ja, ja. Ne, ne, scrollen ist nicht richtig. Na, ich dachte, vielleicht komme ich noch ein bisschen weiter rüber. Was ist das zum Kotzen? Weil es halt immer wieder abhaut. Ich würde ganz gerne mal ganz links von dem Scheiß stehen. Aber das geht wahrscheinlich gar nicht. Ja, Conan, lauf einfach ein bisschen nach rechts. Jetzt lauf und spring ein bisschen nach rechts. Und jetzt hoff einfach, dass du durchgedrückt wirst. Ach so. Ja, wow, du solltest jetzt vielleicht schon... Ah, jetzt habe ich... Ja, wenn er hingeht, ist es besser. Ja, ja, ich verstehe. Ich habe es immer, wenn er runter geht, gemacht. Das war natürlich dumm. Ich verstehe. Ja, warte doch mal ein bisschen, Conan. Wie gesagt, ist alles nur so ein bisschen Anregung. Also, letztendlich, wie gesagt... Ich glaube, ich löse die gerade eher aus, als ich an der Treppe bin. Wenn ich mir das so angucke, die Kamera scrollt vorher, ja. Hast du es gesehen? Was? Nee, habe ich nicht. Ich hatte es. Oh, ja, nice. Ja. Ich glaube, ich hatte es. Ich bin mir nicht sicher. Es sah so aus. Also bist du einfach durchgefallen, durch die Treppe. Ja, es sah kurz so aus. Ich bin mir nicht sicher, ob... oder ob nicht. Kann auch sein, dass ich mich nicht enttäuscht habe. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es hatte. Es sah kurz... es sah halt so aus. Scheiße. Ist das dumm. Wie habe ich das gemacht? Oh, ist das dumm. Fuck! Fuck, ich glaube, ich hatte... Nein! Ist das kacke. Ist das blöd. Was hatte ich denn anders gemacht? Scrollen ist, glaube ich, falsch. Nein! Verdammt, was habe ich denn gemacht? Nein! Was habe ich zurückgespult? Ich hasse mich! Das erinnert mich daran, dass du es in der Hölle ja auch schon mal gemacht hast. Zurückgespult, obwohl du es gar nicht hättest sollen, weil du es geschafft hattest. Stimmt, das wollte ich mir nachher noch anschauen. Aber ich glaube, dass das, wenn ihr die Leute auf YouTube geschrieben habt, vielleicht die Stelle, wenn ich danach frage, ich weiß es nicht, manchmal machen die das ja gerne. Ich würde es nämlich vergessen. Aber es scrollt halt ein bisschen zu bald. Das ist ja auch interessant. Ja, ich kann es ja noch mal neu starten. Die Situation meine ich. Oh, das sieht nice aus. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ichiks где weinen. Ich weiß es nicht. Das sind die göttliche Gersturz. Das sind die Gott, die sich dieser bei der Hölle ja auch schon mal dem Pet. Schon jetzt vielleicht motiviert. Doch, dass ... und jetzt schon mal Limited benötilen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das merkst du noch nicht. Es gibt aber eine Gemeinsamkeit, alle dieser Dinge. Ja? Sie funktionieren nicht. Es hat aber vorhin funktioniert. Genau so. Aber wenn du dir sicher bist, dass es funktioniert, dann ist das ja alles in Ordnung. Eigentlich schon. Es sah halt so aus, als wenn ich unten gewesen wäre. Ich kann mich nur wiederholen. Ich glaube, wenn ich in dem Moment lande, wo er... Ich weiß es nicht genau. Ach, kack, es sieht immer so gut aus. Machen wir es mal mit Slow-Mau. Vielleicht kann ich es da ein bisschen koordinieren. Ich weiß es nicht. Vielleicht sehe ich dann auch, ob ich irgendwann... ...ne höhere Chance habe. Scheiße. Aber was meinst du denn mit, es sieht alles gleich aus? Ich kann doch nichts anderes machen, als das, was du gesagt hast. Ja, doch. Irgendwie... Also... Ich kann ja auch mal versuchen, von anderen Winkeln an die Treppe ranzugehen oder so. Ich weiß es doch auch nicht, Conor, ne? Ich weiß es doch auch nicht. Ich mach es doch auch eher nach Gefühl. Na, siehst du. Ich bin kurz davor, das gleich auch selbst auszuprobieren, weil... Oh, Mann. Aber wenn ich es wirklich vorhatte, dann beiße ich mir den Arsch. Und wenn ich es nachher sehe, sollte ich dran denken. Das sieht halt auch nicht verkehrt aus. Das sieht nicht verkehrt aus hier. So, Conor, ich probiere es jetzt parallel. Jo. Da war die Stelle mit den zwei Dingern einfacher. Weil die nicht so random ist. Ach, Mann. Die ist aber auch eigentlich nicht random. Ich lache übrigens, wenn ich es für das Try schaffe. Das wirst du nicht. Also, es kommt drauf an, wo du startest. Wenn du genau da stehst, wo du es schon mal geschafft hast, dann wahrscheinlich schon. Du müsstest... Nee, nee. Ich werde ganz nach oben nochmal spielen. Ich wollte sagen, du musst erst mal nach hinten spielen. Ah, ist das dumm. Können wir nochmal zurück, wo die hochfährt gerade? Ja, danke. Okay. Na toll, jetzt geht das hier wieder nicht. Zumindest zu bald... Ach, was ist das? Wie man es macht, ist es verkehrt. Unfassbar. Oh, warte mal. Nein, 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 nicht weiter darüber. Nein. Könnte das nicht sogar auch gehen? Nein. Scheiße. So nicht, nee. Zurück. Maximale Zeit zurückholen, okay. Mehr geht nicht. Wie, du hattest Zeitprobleme. Nein, nein, habe ich nicht, aber... Nur sicherheitshalber, dass ich keine bekomme. Theứnegeist will be move dann auch gar nichts. Wie geht das jetzt? Ja. Für's hat es Ihnen geschafft, wie es ihr wichtig ist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Heute Duele noch video best twor! Ich wüsste, ob ich es vorher wirklich hatte. Ich zweifle es jetzt ja an. Ich meine, ich hatte es. Aber ich kann es jetzt nicht nachprüfen. Aber ich sah... Mann, ja, ich wiederhole mich. Boah, es wäre von der Position her eigentlich gerade alles... Ich bin jetzt an der Stelle und ich probiere es jetzt. Ich habe übrigens noch 413 Zeit damit. Hast du auch so viel dupliziert wie ich, oder? Wahrscheinlich nicht mal ansatzweise, weil zu viel Kram... Ok. Hier ska ich. Ok. Nee. Was ist das denn? Dann läuft er da die Treppe hoch. Das ist auch so dämlich. Mann, ich glaube, ich hatte es vorhin. Das kotzt mich an. Das ist auch so. Und dann ist das, dass ich mich wiederholen kann. Das ist auch so. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das sieht richtig aus. Das sieht richtig aus. Ich bleibe auf der Position hier. Das sieht halt wirklich richtig aus. Das ist scheiße. Komm schon, 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 scheiße. Nein, komm schon, jetzt drück dich doch runter, du blöder Klampner. Ich hab's geschafft. Ach komm. Ich hab's da legit gerade geschafft. Ja, nice. Ähm, ich hab nur einen Block gehabt. Was? Ja, ich hatte nur einen einzigen Block, mit dem ich's gemacht hab. Und was hast du gemacht? Und ich bin dann nach rechts gelaufen. Und dann, äh, bin ich auf die Treppe gelaufen. Und dann ist der Block über mir gewesen. Und dann bin ich reingesprungen, genau. Und die Ekonale hat mich durchgedrückt. Du bist zusätzlich gesprungen. Was? Du bist zusätzlich gesprungen. Ja, natürlich bin ich gesprungen. Damit ich halt in den Block reinspringe. Okay. Ja, easy. Hab's geschafft. Warte, ich versuch's jetzt nochmal. Damit ich sagen kann, ich hab's zweimal geschafft, bevor du's geschafft hast. Ja, toll. Der Block war über dir. Ja, falsche Richtung. Warte. Ach, scheiße. Warte, ich versuch's jetzt nochmal. Wenn der mal da bleiben würde, der blöde Drecksack. Uh, das könnte passen. Das passt eigentlich auf deine Beschreibung einigermaßen. Normalgesprung oder Drehsprung? Drehsprung, aber ich glaube, es macht keinen Unterschied. Na, nicht ganz. Ich bin nämlich nicht auf der Treppe. Das ist das Problem. Scheiße. Oh, wenn das jetzt funktionieren würde. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich weiß nicht. Ich glaube, das passt noch nicht. Nicht perfekt. Geht besser. Ja. Was? Nein. Siehst du das? Wie nice. Nein. Okay, das muss ich... Oh Gott, ich muss jetzt so zurückspulen. Oh Gott. Rett so nicht so, als er das... Ja. Das Problem ist, er scrollt noch, während ich reingehe. Das heißt, er zieht mich runter in den Abgrund. Moment. Oh Gott. Alter, wenn ich das jetzt nicht zurückspulen hinkriege, habe ich ein Problem. Das meine ich. Jetzt habe ich es... Aha, siehste? Nein, wir waren drin. Oh, aber der Safestead ist da. Okay. Dann darf ich den Safestead jetzt nicht killen. Okay, alles klar. Gut. Gut. Gut, wir haben es. Oh. Das war nochmal ein Schreck zum Schluss. Aber ich hatte eindeutig ein paar mehr Blöcke. Ich weiß nicht, ob du das jetzt gesehen hast. Nee, hab ich nicht. Warte. Egal. Du kannst den Video mal gucken. Oh. 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 Gut, dass wir das nicht im letzten Part noch mitgemacht haben. Oh. Ich bin fertig. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Tschüss. Diese Begeisterung. Ich darf es jetzt ins Bett. Du hast es geschafft. Tschüss.